Und wir haben sogar noch das Zubehör, was jetzt natürlich nicht im Fokus ist. Ich werde das alles zeigen, wenn wir, wie gesagt, drei Stellen bekommen. Und wir haben sogar die Originalrechnung. 1440 D-Mark. 1986. 1986. Und natürlich auch noch die Telekommander Fernbedienung. Dazu haben wir heute auch noch dazu bekommen, noch ein ungetestetes, das werde ich morgen wahrscheinlich testen, Gundig Concertboy Radio. Was wieder, wie die Rekorder die Presets hat.